Oh, ne? Da, 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 da! Da, ne, Kamer! Ja, das ist doch ein bisschen genau. Dann würde ich das nochmal genau machen. Ich würde sagen, das ist so ein Skills-Shop. Ich würde sagen, ich bin jetzt nochmal ein bisschen... Ja, aber das ist denen hier wirklich so... Die wollen doch... Ja, genau. Und das hat er auch gesagt. Jetzt hat der Reif das Scheiß. Aber wenn er nicht vergangen hat, dann muss er auch mal ein bisschen... Du kannst den auch einen Berg mit dem Sehnis nicht bestellen. Dann verbraucht er deinen Händler. Logisch. Aber da hat er auch keine Ahnung. Ja. 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 Ja.